Bei dem EU-Außenminister-Treffen in Brüssel beschäftigt der plötzliche Tod des Kreml-Gegners Alexei Nawalny die Anwesenden. Bei den EU-Beratungen ist deshalb heute auch die Ehefrau des verstorbenen russischen Oppositionellen anwesend. Es werde eine starke Botschaft für die Unterstützung von Freiheitskämpfern in Russland geben, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Julia Nawalny hatte sich bereits kurz nach dem Tod ihres Mannes auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit deutlichen Worten an die Öffentlichkeit gewandt, hat es seitdem auch immer wieder getan. Und die Bundesregierung, sie hat zudem nun den russischen Botschafter in Berlin eingestellt. Bestürzung und Trauer halten an. Auch drei Tage nach Bekanntgabe des Todes von Alexei Nawalny gehen weltweit Menschen auf die Straßen, zeigen so ihre Solidarität mit dem Kreml-Kritiker. In Berlin kommt es gleich zu mehreren Protestaktionen. Bei einer wollen auch Mitglieder der Gruppe Pussy Riot ein Zeichen setzen, halten Banner in die Höhe, auf denen in englischer und russischer Sprache Mörder steht. Nawalny war mein Freund. Aber mehr als mein Freund war er ein Hoffnungsträger für viele Russen, für Millionen von Russen, die mit Putin nicht einverstanden sind, aber keine Stimme haben. Und Nawalny war die Person, die ihn antrieb, Inspiration, Zukunft, Vision und Stimme gab. Sogar in Russland gedenken Menschen Nawalny. Laut der Bürgerrechtsplattform OVD gab es bereits 366 Festnahmen in fast 40 Städten. Trotzdem hören viele nicht auf, in Gedenken an den 47-Jährigen Blumen niederzulegen. Eine Petition, die die Herausgabe der Leiche fordert, erhält innerhalb weniger Stunden 12.000 Unterschriften. Noch immer ist die genaue Todesursache des Oppositionspolitikers unklar. Doch nicht nur der gesellschaftliche, auch der politische Druck auf Russland wächst. Estlands Ministerpräsidentin Kallers fordert auch über unkonventionelle Maßnahmen nachzudenken und beispielsweise die eingefrorenen Gelder Russlands der Ukraine zu geben, um sie damit für die Zerstörung des Angriffskriegs zu entschädigen. Die EU plant, ein 13. Sanktionspaket auf den Weg zu bringen. Dass wir hier als Europäische Union mit Blick auf die eingefrorenen Gelder das russische Vermögen deutlich gemacht haben, dass mit Blick auf die Windfall Profits diese auch im Sinne der Ukraine genutzt werden sollten, dass wir dafür vorbereitende Maßnahmen treffen wollen, dass das alles aber natürlich im Rahmen unseres europäischen und des internationalen Rechts passiert. Heute beraten die EU-Außenminister in Brüssel über neue Sanktionen gegen Russland. Zu dem Treffen wird auch die Witwe Nawalny's, Julia Nawalnaja, erwartet. Sie hat sich jetzt schon einmal wieder geäußert und zwar in einem neuen Videoclub. Ruft sie dafür auf, dass man den Kampf ihres Mannes fortführt und die Hoffnung gleichzeitig nicht aufgibt auf ein freies Russland. Ich bin zum ersten Mal in diesem Kanal. Und ich hätte eigentlich hier nicht sein sollen unter diesem Kanal. An meiner Stelle hätte ein anderer Mensch stehen sollen. Diesen Menschen hat aber Wladimir Putin umgebracht. Vor drei Tagen hat Wladimir Putin meinen Mann, Alexej Nawalny, umgebracht. Er hat den Vater meiner Kinder getötet. Er hat das Kostbarste, was ich hatte, den nächsten Menschen, den geliebtesten Menschen mir genommen. Aber dort in diesem Lager, hinter dem Polarkreis, in dem ewigen Winter hat Putin nicht nur den Menschen, Nawalny, umgebracht. Mit ihm zusammen wollte er unsere Hoffnungen umbringen, unsere Freiheit. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr auf der Suche seid, dann geht's hier.